Dafür zu beachten, gibt es ja eigentlich nicht eigentlich nur Rennen. Rennen! Lauf, Forrest! Lauf! Los geht's! Das wäre natürlich sehr gut, wenn wir die auch mitnehmen würden. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier ein bisschen humaner sein wird, als in den anderen Ecken. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ein bisschen humaner sein wird. Ich habe null Ahnung, wie das hier so wieder Zeit ist. Ach, scheiße, ey. Das ist auf jeden Fall besser, als da zu warten. Dino! Komm, gib Gas. Rennen kannst du nicht. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob der Dino schneller ist. Ich habe das Gefühl, dass er langsamer ist. Ja, ich glaube, der ist langsamer, ne, Dino. Das ist natürlich scheiße, weil ich mag den Dino eigentlich. Aber ich glaube, dann lasse ich den Dino mal da zurück und renne dann selbst da lang. Und dann werde ich davon getroffen, oder was? Ach, komm, ey. Das ist kurz davor, mit dem Drehen anzufangen. Und dann werde ich davon getroffen, oder was? Ich finde das süß, wie der so Sachen frisst. Was ist das? Was ist das? Okay, der macht ihn. Ah, scheiße. Oh, supergold. Oh, das wäre so schlimm gewesen, dass es daran gescheitert wäre, dass ich zurückgelaufen, also dass ich noch weitergelaufen bin. Ei, 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 ei. Okay, das wäre dann auch endlich erledigt. Und dann hätten wir auch den dritten Warproom fertig. Das ist schön. Vielleicht gucken wir es ja heute noch durch. Wobei, das, ähm... Rings of Power, das ist relativ schwierig, glaube ich. So. Ja. Warproom Nummer zwei. Was haben wir denn hier? Das haben wir schon. Ah, okay, dann holen wir hier erst mal, ähm... Oh, hier fehlen auch alle Kisten. Das ist natürlich blöd. Na gut. Ach man, jetzt habe ich gedacht, wir wären schon so weit. Na gut. Dann... Wo haben wir hier mal alle Kisten? In den Auge juckt. Ah, so. Ich finde es so lustig, dass hier schon das Bonus-Level ist. Huh. Fuuuuh. Bleh. Bleh. Bwah. Bleh. Scheiße. Okay. Okay. Das war ja auch lustig. Ach, es regnet draußen. Ich mag Regen. Guck dir einen immer so doof an, ey. Das wollte ich gerade mal ausprobieren, weil das war nämlich eben in dem einen Bonuslevel auch so, dass man da so doppelt an die obere springen konnte, wenn man den Doppelsprung gemacht hat. Ich dachte, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn wir erst hier die Seite machen und dann zurück gehen. Weil wir das dann jedes Mal machen müssen. Nee. Ich gehe erst mal hier auf die Seite. Ja, das war klar, dass das passiert. Jetzt ist es auch sehr schön, dass ich jetzt meine einzige Maske verloren habe. Bist du dumm? Warum kannst du denn hier langschmeißen? Ich mache das mal so. Hey! So. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Das war knapp. Habe ich hier eine Maske bekommen? Oder habe ich mir die mitgebracht? Scheiße. Ja, die habe ich mir mitgebracht. Scheiße. Ich gehe jetzt ein bisschen zuerst. Ja, die ist jetzt nicht so super. Ah! Gadeem 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 gadeem. Gadeem 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 gadeem. Ah, da sind zwei. Arschkeks, ey. Scheiß Affen. Okay. Was auch immer das jetzt bewirkt? Achso, das war wahrscheinlich das Ding, das das angeht. Okay, da ist schon das Ende. Aha. Die alten Kisten an der Decke. Ach, ich kann ja gar nicht drauf schießen, das ist natürlich auch interessant. Ah, Checkpoint, nice. So. Könnte ich ja jetzt eigentlich da oben ablesen, weil da vorne waren, glaube ich, keine Kisten mehr. Es fehlen noch drei. Und Jottes Willen. Ach, scheiße. Ist das jetzt immer noch so? Ja. Oh, mein Gott. Ah. Eine. Oh, mein Gott, das Bild. Gah. Bloß nicht sterben. Okay. Sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Das war gut. Jetzt müssen wir das Ganze noch auf Zeit machen. Ich speichere aber nochmal ab. Ich weiß, ich speichere jetzt gerade momentan sehr viel. Aber ich habe halt keine Lust, das nochmal neu zu machen, wenn das abschmieren sollte. So. Nee. Hier, die 9 war das. 1,41. Ich glaube, das ist aber nicht so schwer auf Zeit. Ich habe gesagt, ich glaube. Was nicht ich weiß heißt. Oh, ich war gerade am umdisponieren mit meiner Controller-Haltung. Jetzt drücke ich aber mit dem Mittelfinger die R3-Taste, damit ich gleich direkt rutschen kann. Weil ich rutsche nämlich immer mit R1. Es gibt viele Leute, die machen das mit Kreis, aber ich mache das mit R1. Oh, das war knapp. Nice, 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 nice. Da wäre jetzt natürlich die Frage, was ist besser? Uh. Yes, Gold. Ich habe bisher noch nicht ein Platin-Relikt, ne? Naja, alles auf Gold ist natürlich auch schön, ne? Haha. Vielen Dank.